hallo und herzlich willkommen zu part 45 und dem wahrscheinlich finalen part dieses projekts ja es ist irgendwie mega krass das ist jetzt schon wieder also vorbei ist es ja noch lange nicht aber dass wir jetzt schon mit der story durch sind ist auf jeden fall ziemlich krass direkt am anfang gibt es schon mal eine verkleidung hier das hat spaß gemacht so ist also wenn wenn ich habe ich kann man sie noch gar nicht haben dafür brauchen wir farbwechsel genau aber den brauchen wir ja nicht von daher das ding also noch zerstören da gibt sich bei uns ja vorhin schon aus den jungen eingesammelt also naja oder gibt es hier doch irgendwo ein farbwechsel das ist tatsächlich obwohl doch das ist da oben denn da war ich ja noch nie ach so damit kann man farbwechsel reparieren okay das brauchen wir ja nicht also geht es doch okay da war ich doch schon da oben okay also habe ich doch bullshit erzählt gut da fliegen wir jetzt erstmal noch da drüben also dieser mundauftrag ist gerade wegen der musik richtig richtig geil und eigentlich ist es insgesamt richtig guter speziell auftrag das war toll wie es einfach nur mit dem einen geht ja das ist schon ben sharp lässt zweimal und da so noch ja okay das ist auf jeden fall sehr geil schön dass jetzt stirbt ich sterbe nicht habe ja welche landung es muss ich gegen einen harten heftigen boss kämpfen was denn alter das war ja schlechter als alles jemals zuvor so schlechter als der erste gegner gegen den man kämpfen musste das stimmt das war ja da konnte man euch die geilen moves ne stimmt ja trotzdem jetzt war nicht mein geiler move sondern sein geiler move er hat ja halt einfach verbockt eben also einfach an der vorbeigesprungen diese pisi okay jetzt außenrum oder kommst du da unten drunter durch schon ne oder so das war eine gute idee kommen wir jetzt easy nach da oben ach ne was steht denn der da immer noch hallo ich hab's nicht mal an die schlusslappen von rumstehen vorbeigesprungen ich bin ins gesicht einfach nur sie ist auch so billig wie Prozent keine ahnung was also es ist wirklich billig einfach nur dann dieses ding zerstören bekommen das so ganz easy hin oh nein das klasse hause ist somit zersprengen eigentlich wo das gibt es noch aber es ist schon richtig geil also so eine location das erwartet man absolut nicht in diesem spiel nichts das erwartet man sowas von gar nicht einfach so auf dem mond plötzlich und das sieht auch richtig gut aus hier Tja ist halt richtig geil gemacht ne ist halt auch geile entwicklung sie haben halt drauf leo spiele zu kreieren und was wir schon mal vorweg sagen das werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon sehen das wird einfach so eine super duper mega xxl folge werden weil wir einfach alles jetzt in diesem part machen also ende credits alles es wird richtig lange dauern einfach also bestimmt also über 40 minuten schätze ich schon war stunden jede stunde würde ich nicht sagen aber 40 minuten schon es kommt eine relativ nervige stelle wie ich finde die finde ich immer ein bisschen blöd wegen den ganzen leuten die hier immer landen man kann die so oft umbringen wie man möchte als ob du den jetzt angemalt hast einfach hast den weiß gemacht ok dann zerstören wir noch eben das ding da hinten die kommen jetzt einfach die kommen jetzt einfach immer wieder habe ich das gefühl gehabt musste irgendwie jeden immer so dreimal besiegen oder so so behindert einfach gewesen ich fand das so scheiße irgendwann habe ich dann aufgegeben und habe auch immer einfach irgendwas anderes gemacht weil die immer noch wegfliegen und nicht sterben gab es jetzt noch irgendwo was ja da war noch was da unten ja habe ich das verbockt ich glaube nicht ne aber du hast eigentlich insgesamt relativ verbockt weil du das auto noch nicht hast aber du kommst der easy nochmal nach unten wir müssen nämlich erst noch was holen ich habe es eigentlich schon gefragt es ist ja nicht direkt ein auto aber es ist richtig cool auf jeden fall wieder mal und es muss erstmal nach drüben fliegen da muss man auch erstmal drauf kommen aber man kommt eben da oben nicht weiter ohne das hier nochmal so eine geile kuppel ja ok jetzt hier ist schon das letzte sehr nice aber man bekommt ja glaube ich auch noch das eh eine ding gell so viel so viel seitgress kram ist ja doch ich weiß stimmt ich weiß auch noch was so viel seitgress kram ist ja gar nicht ne brauche ich nicht ich habe sogar schon aufgemacht nice aber hier drüben ist noch was dieses da diese kiste sehr sehr verdächtig ja ist es auch aber die kiste müssen wir natürlich auch noch holen erstmal hier eben diesen kasten da kommen schon mal die ersten teile raus auch richtig heftig alles klar okay und jetzt holen wir die kiste und dann haben wir es geschafft nein aber wir sind doch schon relativ relativ nah dran ne also der auftrag ist ja jetzt eigentlich nicht so lang ne aber geil ist ja schon auf jeden fall das ist der mond buggy genau den haben sie irgendwie in kisten verpackt und hier mit hochgenommen also wir hatten ihn schon mal auf jeden Fall das ist der abklatschung das ist auf jeden fall nicht der mond buggy den wir ne doch das ist der der lässt sich mega behindert fahren irgendwie geht jetzt gibt es hier erstmal so ne geile Brücke wo wir rüber müssen dann können wir noch paar leute umfahren hier und einfach da hoch und dann passt das schon hä ja eigentlich muss da einfach reinfahren genau okay so man jetzt immer hier und wir sind da drüben die roten steine aber da kommen wir leider noch nicht ran und hier kommen wir auch noch nicht weiter wo musst du mit dem Auto hin du musst mit dem Auto gar nicht irgendwo hin du musst es einfach mal stehen lassen erstmal achso okay und dann nach da oben gehen naja easy peasy was ist das da kann man das auch bringt das was wow bringt absolut gar nichts aber es ist auch geil wie die leute einfach hier also die entwickler einfach so viele fähigkeiten die speziell aufträger eingebaut haben und so viel machen einfach naja gut ist auch logisch so ja ist auch gut so freilich außer der Farmer aber den brauchen wir auch jetzt nicht so unbedingt das ist auch der Button dort genau jetzt kommt der Button dort cool das hat Kachin Geräusche gemacht das nicht was war weggeglitscht schön so und jetzt hä der Button ist übelst buggy das stimmt ja das geht der war schon grün ja so ja an den roten steigen kommen wir leider nicht ran ne den müssen wir später holen aber wir kommen noch an zwei drei Sachen ran soweit ich weiß was also an zwei polizei marken und dann einen anderen gegenstand schon hier drin jetzt war es mal hier drin genau hört sich als diese musik ist schon heftig ja erstmal irgendwas machen hier das ding da drin sieht schon mal ziemlich geil aus ne alter da kommt so richtig das feeling hoch ey das ist so geil einfach guck dich hier erstmal um mhm ok da machen wir auch noch nichts hier so hier gibt es noch was das weiß ich freilichwäßig es ist wieder eins von Rex Fahrzeugen gell ich glaube ja gibt es gar nicht mehr so viele ja Rex irgendwas hier ist das oder aber auf jeden Fall irgendwie oder war das da drin das kann sein wir gespoilert aber egal ja Fahrzeuge aber das das wusste ich noch dass wir hier diese zwei Sachen öffnen müssen genau da gibt es auch glaube ich einen polizeimarkenteil für ja ja da gibt es einen polizeimarkenteil für freilich das andere Ding ist da drüben ja ja oh ja ja heppel so baller ja einfach mal durchlaufen lassen ganz easy ja das war auch ein bisschen billig und wir kriegen noch eine polizeimarkenteil das weiß ich aber sicher und jetzt haben wir es haben wir es eigentlich so, wir können erstmal dieses Ding da befreien würde ich sagen ja easy dann haben das schon Geld ja dann schauen wir doch mal was bringt das so oh was ist denn das wow das steht die Löwe Alter voll der verpackte Button eigentlich das ist so geil eigentlich das ist richtig cool dieses Ding das ist so und das erinnert mich an Lego Bionicles oder wie das heißt das sind diese komischen Viecher da habe ich irgendwie nie gemocht aber ich hatte trotzdem solche Viecher naja ist auch egal auf jeden Fall steht da auf dem rechten Ding die Lösung obwohl es gibt zwei Lösungen einmal das linke und einmal das hier ich habe immer das hier genommen du musst das da oben auf jeden Fall zu so einer Schleife machen naja aber was wo muss das jetzt hin eigentlich was muss denn hier gerade machen na dreh doch mal ja ich weiß dass ich drehen kann so das wars weiter nach links ich weiß auch gar nicht wo was drehen muss ich weiß es aber man muss alle in Verwendung bringen hmmm nee du machst jetzt das machst du jetzt das untere jetzt unter dem Kreuz nee das nicht das lässt du so das nach oben genau obwohl im Moment da fehlt noch was ja das hier fehlt noch hä ne so meinte ich das nicht das sieht aber geil aus ne geh mal geh mach mal B und geh ein Stück weg da siehst du ja wie es sein muss ach so ok das muss von dort ja ok also das Ding wieder nach äh dieses unter dem ne das da oben brauchst du ja gar nicht doch ne so muss das hä echt war es jetzt so in der Lösung stand es gerade so glaube ich ne 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 das musst du einfach nur dieses doch ne ah ah das muss das stimmt du musst einfach nur dieses komische zwei zweiteilige dieses da keine Ahnung genau das rum nach oben genau und das da oben drüber genau so na das andere ok Alter wies ich bin ich zum Glück und dann das da unter dem kreuz das hier und das jetzt haben wir es Lego City als Ziel festgelegt oh wir haben es geschafft start in 5 4 3 ich hoffe sie sind gut angeschnallt 1 jetzt wir haben dich zerstört Blackwell ja hier dieser Typ der war im Gefängnis gell oh Menno mein Lunchpaket war da drin boom tot jo mccain was haben sie getan so ein Assi sagen sie mal Blackwell es geht nach hause nein nichts bringt mich zurück in diese weltbornierter Dummk kann ich scampi das mal weglösen ich wollte etwas wahrhaft wunderbares für sie erschaffen eine in sich geschlossene und vollkommen autarke Welt ein idealer Lebensraum in dem jeder ihrer Wünsche erfüllt worden wäre ein Denkmal meines Genies Sie waren einst ein großer Mann Mr. Blackwell aber sie sind durchgedreht durchgedreht Ihr Denkmal war doch nur ein Apartmentblock mit einem Einkaufszentrum sofort umdrehen sorry umdrehen ist nicht bringt sie hierher Scheiß ganz schön stillos Blackwell eine Dame zu bedrohen oh nein 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 einer Dame würde ich doch nichts tun sie soll nur sehen wie sie zerquetscht werden das ist so ein Depp alter gut ich nehme das Gamepad mal wieder war ja klar dass das irgendwann kommen würde einfach gar nicht gar nicht das interessiert ihn gar nicht übelst kühl bleibt er einfach sei vorsichtig diese Energietanks brauchen wir noch für meine Mondbasis ach so tatsächlich doch dann geht man dem nochmal aufs Maul und jetzt tatsächlich ein Kampf gegen den motherfucking Dino so was zur Hölle was schöne ich weiß kann man wie das ging nicht weiß ich nicht halt wirklich nee echt nicht wirklich nicht na dann gerade mal die Tanks da außen sind doch stimmt ganz easy ja du musst aufpassen da ist es gar nicht so einfach jetzt schmeißen ihn einfach auf den drauf warte weil wenn der dich trifft mit diesem Strahl dann ist leicht am Arsch BAM IN YOUR FACE hallo na geh doch näher dran ja der springt nicht nur auf der Stelle ach so ach jetzt nur so den übelst rausreißen richtig brutal BÄM vor allem der hockt da ja immer noch drauf jetzt weiß ich es wieder ok hä ach so hier ist ja das ja ja oh hier richtig BOOM 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 oh das ist heftig ey aber es ist so ein geiler Boss Fight einfach richtig richtig episch ja das wollen wir doch du schaffst das Chase genau ah diese scheiß Druckwelle die ist richtig behindert man stirbt da so oder so egal was du machst das hat noch geklappt ok aber du hast leider nur noch ein Haus ich denke mal was ich denke mal oder respawns nee du respawns einfach nur aber geil ist der Boss kommt schon also dafür kann man schon mal einen Daumen hoch geben ne also das ist schon richtig richtig episch aber man muss auch erstmal auf die Idee kommen dass man diese Tanks da verwenden kann also ich nicht die Ausgleichung man den dran dran schmeißt sondern ne doch ja freilich das wusste ich grad noch nicht denen man sie abschmeißt das wusste ich jetzt eben gar nicht mehr das wusste ich jetzt eben gar nicht mehr ja genau vor allem bleibt er grad drunter ja beide wo willst du hin ne das hat jetzt nichts gebracht jetzt bis zu tot ja ok aber da kannst du an die Ausweichen unbedingt aber wir wollen das ist easy ich schwöre euch jetzt verliere ich kein Herz mehr wie auch ja eben jetzt hast du es geschafft also es ist richtig richtig geil ne muss man schon sagen vor allem alter wie der den so richtig zerruppt einfach nur so bam dieser Roboter ist mega geil ja auf jeden Fall und damit ist der T-Rex schon besiegt und die Mundbasis ist auch im Arsch da wir da ihre Energietanks zerstörern haben krass wie schnell sowas geht ja nö ja so alles im Arsch einfach Rex du bist gefeiert und McCain sie werden gerötzelt ahahaha man möchte sich ausschütten Scheiß er Kommandokapselabtrennung erfolgreich wow was Blackwell diese miese Kröte Selbstzerstörung in jetzt also ist richtig richtig heftig einfach so und jetzt äh musst du dich beeilen um die letzte Insight Markes holen ah da ist das Rex Ding Rex Tempest und da hinten diese Dinger musst du zerstören nicht das nicht das sondern diese Kisten zwei Stück glaube ich 3 ich scheiße noch die Asis klar ich scheiße auf die Asis sein das geht nur eine begrenzte Zeit sein dann ist das weg ja hier hat geklappt nö das war es hier gibt es nicht mehr nur ein paar Stats da außen aber das ist unnötig und so sind nicht die Grunde nö gut kommt der Asis so jetzt muss man glaube ich einfach so ein bisschen gegen die Kämpfe ne also es ist man sieht ja es ist noch nicht direkt vorbei jetzt bricht noch ein bisschen immer was ab glaube ich genau einfach so richtig heftig bam einfach weg so unwichtige Teile deswegen sage ich jetzt wäre glaube ich die erste Kiste schon weg wenn wir die jetzt noch nicht geholt hätten deswegen ist es gut wenn man hier mal so ein bisschen was macht so das war ja schon mal ganz einfach eigentlich ne aber eigentlich ist es eigentlich es war denke ich mal schon klar dass jetzt nicht dass es jetzt nicht sofort vorbei ist weil es wäre ein bisschen ein bisschen low gewesen auf jeden Fall das stimmt ja es musste noch weiter gehen und da ist Rex rex alles in Ordnung ja aber bei dir gleich nicht mehr so und dankbar dieser Typ wir stürzen unter verderben damen haben Vortritt halt der Maul die können überhaupt nichts diese Leute so und jetzt äh leider muss ich erfahren dass ihr beide noch in einem Stückseit ob der das irgendwie mitkriegt dies wird sich hier doch sehr bald ändern wie ich euch also der hat mich alter ja schon getötet du musst ihn jetzt glaube ich du musst jetzt nochmal einen Leute auf ihn werfen Leute halt einfach deine Fresse ja schön auf dir hinten auch hier also nur um einen kleinen Rückschlag lediglich eine Unannehmlichkeit als ob ihm Stats irgendwas im Weltraum nutzen alter will sie mich hier verarschen ja komm mach den halt weg weil ich glaube wenn du keine Leute mehr ah ne du hast es schon geschafft ah ne doch nicht ach bam in your face ich werde mit meinen Reichtümern ein neues Imperium aufbauen so schön kurz warten bis der wieder rausgesucht ach ne da ist schon wieder raus mit körpern werfen ist doch ein cool man ne gar nicht hoppala werde ich Lego City verrichten direkt ins Maul und Natalia wer dabei zu sehen ja du hast es schon achso ich muss ihn jetzt hallo okay du hast den ja schon getroffen mit dem einen Typen und da hat er das nächste Leben verloren also letzter Versuch den jetzt erstmal weg was störe mich nicht in meiner Häme die Fallschirme öffnen sich nicht und der Notfall im Flugzebel ist nicht erreichbar hä? Moment mal in diesem Schrank findet sich sicher etwas brauchbares aber das ist doch die Fluchtkapsel Ok ja in der Tat Ja Face Hä? Der ist grad gestorben er hat sich selber umgeboten Ja, hol den dir, hol den dir. Ja, Alter, dieser scheiß Lappen hier. Ja, geschafft. Bäm, Rex ist endgültig am Arsch. Wir haben ihn verhaftet. Was soll das? Was bringt das hier bitte? Alter, heftig. Da muss ich es dir leider widersprechen, mein Bruder. Jetzt richtig, richtig, richtig billig. Einfach so eine scheiß fliegende Kuh. Mach dir einfach weg, richtig, badum, fertig. Und das großartige Finale, das beste Finale eines Spiels, überhaupt. Das ist eh mega Hammer, Alter. Du musst die Teilen ausweichen. Ja. Ja, geil. Das ist die Rakete, gell? Das ist so geil, ja, das ist die Rakete. Natalia, geht's dir gut? Wo steckst du? Was? Hä? Vereil dich, okay, das habe ich verstanden. Ja. Ihr Gesprächspartner wird in drei Minuten abonnen zerschellt. Sie legen sie auf und wählen sie erneut. Beste Ansage. Aber es klappt nicht. Das heißt, wir müssen sie irgendwie retten jetzt. Und vor allem das Wichtigste kommt ja erst jetzt noch. Ja, das stimmt. Das Allerwichtigste. Aber es ist einfach so geil, guck doch mal. Das ist einfach so richtig heftig, ey. Ich weiß nicht, ich muss es einfach sagen. Ich schwöre, ich muss nicht kostenlos. Ja, du kannst ja reden. Ja, hier stirbt man so oder so, ist egal, was man macht. Einmal stirbst du hier. Jetzt an diesem Ding hier. Was jetzt hier kommt, das... Daran muss man sterben irgendwie. Zumindest ist es ging mir immer so. Okay, nein, du anscheinend. Na doch. Und jetzt sieht man das da unten, wie es jetzt explodiert. Also es wurde nochmal so ein bisschen Zeit zurückgesetzt. Also mit B macht man schneller, mit A macht man langsamer. Aber du solltest dich selber eilen, weil gleich gibt es ein Zeitlevel. Und das muss man natürlich schaffen. Ach, halt, guckt euch doch mal, wie geil das einfach aussieht. Es ist einfach so episch umgesetzt. Es ist so geil. Wahrscheinlich werdet ihr uns gar nicht wirklich hören, wegen der Musik. Ja, die Musik ist auch mega krass. Es ist einfach so geil, wirklich. Es ist so geil. Oh shit. Ich hab glaube ich auch das mal gekriegt gerade. Da was jetzt entgegenkommt. Wir sind die ganzen Teile von der Rakete so ein Haufen Scheiß. Wow, das war gut. So ein Haufen Kram. Hä, Polizeiauto, was da unten? Ja, schön, Polizeiauto, irgendwas. Alter Bomber. Oh, schade, aber guck mir. Das ist so heftig. Wow. So richtig episches Finale oder was sagt ihr? Ja, also ich schon. Wir haben den Boss besiegt und jetzt ist das richtig geilbe Zitrage aufpassen. Aufpassen, ganz so aufpassen. Also jetzt und nicht. Wenn man hier wieder raus sind, dann aufpassen. Also jetzt, ich da so Schiss, aber nicht so. Schiss, das Verbrock, aber es war so einfach eigentlich, ja. Aber wir dürfen so wirklich nicht verbrocken. Gut, theoretisch könnte man das Ding nochmal spielen, aber... Ja, nee, echt nie. Ja, die Scheiße. sich hier so auf der linken Seite jetzt kommt's jetzt wenn wir jetzt hier raus sind Rex Fury freigeschaltet und das ist die letzte Verkleidung die man haben kann was ist das an Fallschirm das ist der Fallschirmes Entschmerz abgehend wieder klickt irgendwas dran und wenn wir sehen jetzt noch 30 Sekunden und ein bisschen so weit als er sich an und kann auch langsam machen schafft und worüber sind wir hier gerade eigentlich das war schon so für so rauszufinden aber jetzt immer schon weit ist soweit und das ist nicht obwohl doch das war es doch das neben der Afrika seien nur so und Saudi-Arabien oder so und sie wusste die das sieht man schon mal nach fünf Sekunden schafft man schafft es man ist immer in einer Sekunde ist und man schafft es immer gerade so ja jetzt ist die Zeit natürlich eigentlich vorbei und jetzt halten wir einfach die Fresse und das ist geil natürlich kommt erst mal in der Screen nur ein Screen und kein Balken genau aber jetzt kommt wirklich eine richtig geile Sequenz auf jeden Fall Schauen wir doch mal wir kommen nicht an den Fallschirmauslöser ran Entschuldigung ist der zufälligerweise ein Held gefragt? Chase! Sieh den Hebel da! Diesen hier? Okay weg! Wofür ist der? Die Bremsen Die Bremsen Oh oh Alter, sein Gesicht wär so Matschepumpe, Alter Professor Kowalski ist unterwegs er sagt, dass die Kommandokapsel jeden Moment auftreffen kann und was ist mit den ganzen herabfallenden Raketentrümmern? Keine Sorge, Chief Ich schürme sie ab Die Trümmer sind ins Meer gestürzt, Mariam Oh nein, sie wird ins Wasser landen Das sah wirklich so aus, gell? Kann ich hier warten? Oh oh, da sind sie! Alter, der Typ geht immer noch ein bisschen auf den Geist irgendwie Aber okay, er ist cool Es freuen sich einfach alle Weil wir richtig schön gerettet haben hier Glückwunsch! Du hast es wieder einmal geschafft, Chase Fast Blackwell ist mit einer Fluchtkapsle entkommen und Rex Nun ist auch irgendwie weg Rex? Hahaha Das Problem hat sich erledigt Ist vor 10 Minuten kopfüber bei jemandem durchdachdigger Vor 10 Minuten ist er Nehmt mir das Ding ab Hey Rex Sollte die Spülung jetzt lieber nicht ziehen Ja Ich, äh, dachte, dass du ihn dieses Mal verhaftet hast Er ist schon verhaftet, also er hat schon die Handschellen aber Er gehört ihnen, Chief Manche Sachen sind wichtiger als die Arbeit Oh 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 Also hat er auch gemacht Manchmal ist es ein Lappen Und er behält das letzte Wort in diesem Ah, den Typ, den sollten wir euch merken, Alter Wache 2 Ende Was, Wache 2 überhaupt? Ende Ne, nur Wache Alles klar Okay Ich weiß jetzt nicht was jetzt, also jetzt, ich hoffe, der Auftrag auf dem Weg zum Mond Level abgeschlossen, Bäm, 3 Spiel frei geschaltet Und, ähm Du, jo Dün, 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 dün War gut aus, wa? Ben Schobels Schobles Und, Rex Tempest Und, Rex Friori Natürlich, ganz easy Ja, also, mal wieder 99% Perfekte Sache Dün, dün, dün 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 Und, doch nicht fortsetzen Oh nein, was kommt jetzt bloß noch? Hm Tja, niemand weiß es Ja, gut, eigentlich weiß es jeder So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen Unsere Wertung abzugeben Ach, und dieses, es ist einfach so richtig, richtig geil Was hier alles so passiert ist Wenn ihr mal gut aufpasst, da sind ja wirklich Leute dabei, die es halt auch, die es auch als Figuren im Spiel gibt Die haben sich da halt selber mit eingebracht Das ist richtig cool Vielleicht finden wir mal irgendwann mal noch einen da oben Ja, aber auch noch gibt es auch Die war auf dem Schiff und wir hatten auch schon, das geht Ja, alles möglich für Leute, wenn ihr bisschen aufgeregt, also was habt Was? Was ist das erste Legespiel, was gibt? Nee, nee, aber auch für WIU Für WIU, ja Doch, doch, für WIU, für WIU, könnt ihr so ein Gramm es raus 13 oder? 13 Jahren Okay, also, das erste für WIU, natürlich Ich fange mal jetzt Na, dass wir anfangen, ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen Naja, allgemeiner Eindruck vom Spiel könnte man ja anfangen Also allgemein, als ich es zum ersten Mal gesehen habe im Internet Ich habe mein Leben gefeiert, ich hatte da noch keine WIU Ich hatte eigentlich auch kein Geld mehr, die zu kaufen Aber ich habe das Spiel so gefeiert, weil einfach alle Sachen so aus Lego waren Der Wasserspender In der Polizeistation, von dem war ich übelst beeindruckt, ich weiß nicht Das war so mega geil, dieser Wasserspender Also ich weiß nicht Ich habe mir gedacht, oh geil, Wasserspender aus Lego, okay Also allgemeiner Eindruck natürlich, erstmal denkt man, ja, Lego Spiel, okay Ich habe als Kind sehr gerne mit Lego spielt Habe auch übelst viel davon Also habe ich mir schon gedacht, dass es was Geiles ist Und dann kam es irgendwann, ich weiß nicht, wann ich mir die WIU gekauft habe, 2013 Ja, es kann dir genau sagen, wann Und zwar am 2.6. 2013 Genau, und das mit Lego City zusammen Also habe ich mir dazu bestellt Und am ersten Tag, ich glaube Das kam spät an, da habe ich nicht so lange gezockt Aber am zweiten Tag, glaube ich, so 19 Stunden oder so Also schon mal ein bisschen gesuchtet Und das ist einfach so ein Megahammergeil Das ist einfach, Lego City, das ist auch das einzige Lego, was ich auch gut finde Ich finde auch Lego Technik gut, aber Lego City spricht mich am meisten an Und einfach, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Also, grafik ist natürlich Hammer Lego Grafik, okay, ist halt Lego Grafik Da kann man nichts dazu sagen Sonst, die Häuser sind in Ordnung Vollkommen in Ordnung Ist jetzt auch schon 2 Jahre wieder her Über 2 Jahre Und Mega krass Das ist auf alle Fälle mit eines meiner Lieblingsspiele geworden Definitiv sogar, wenn nicht sogar das beste Spiel Weil es ist einfach so geil gemacht So humorvoll Und die Story ist auch dramatisch An manchen Stellen Natürlich auch an Kinder gerichtet Dass man jetzt nicht rumheulen muss oder so Und es sterben auch keine richtigen Charaktere Außer Leute, die man es mehr schmeißt oder so Solche Ja, solche Leute hat die man Und es ist natürlich sehr an Kinder gerichtet Es ist natürlich logisch Die meisten sagen auch, dass es ein GTA für Kinder ist Was eigentlich sogar stimmt Aber Ich sehe das trotzdem ein bisschen anders Also GTA Kann ich in dem Spiel eigentlich fast gar nicht wieder erkennen Natürlich so zum Teil Wenn rumlaufen Leute mit der Wolfgang Und dann umballern Aber Es ist halt so Was gibt es noch Ja, Story natürlich Mega Hammer Wie schon gesagt Da bin ich auch nicht mehr Watt Zum Hänger Was geht jetzt ab Was ist denn das für Musik Wo kamen die Na, Actionmusik Wenn du hier einen Parkour hast Im Paradise Sands Okay Ja, was gibt es noch für Punkte Sag mir mal Was gibt es noch für Punkte Inhalt Grafik Äh Naja, also Sound Ich würde sagen Preis-Leistungs-Verhältnis Ist bei dem Spiel auf jeden Fall richtig top Ist ein Vollpreistitel, gell Ist ein Vollpreistitel, gell Wir haben gerade nach 50 jetzt Also haben die Hälfte geschafft Allerdings wird das jetzt etwas einfacher Die ganzen anderen 50% zu holen Wir machen das jetzt Wir kriegen das auf jeden Fall hin Ja Natürlich wird jeder Spezialauftrag noch einmal gespielt Ist ja logisch Ja, das wird lustig Mit den ganzen neuen Fähigkeiten Und mit diesem Spezialauftrag könnten wir theoretisch auch wieder abschließen Am Ende Das wäre doch mal eine gute Eingebung Ich weiß nicht, soll ich meine Punkte jetzt schon abgeben Weil ich kenne es auch noch 100% Machen wir schon jetzt, ja Ja, das Ende jetzt Ich fand es einfach so geil Es ist einfach so mit dem Erstmal so der Kampf oben Der ist schon in Ordnung Und dann, wenn man da so runter Das ist die Mine, Alter, warte mal Das ist so geil Richtig, richtig geil Wenn man sich überlegt, dass das richtige Instrumente waren Sind Schön nach dem Alphabet geordnet Die ganzen Namen Okay, und dann als man runterfliegt Also durchs Welt, Alter Das ist mega geil Auf die Erde so zu Ist schon krass So, was gibt es noch jetzt? Du wolltest mir so einen Punkt sagen Wollte ich das? Hm Na, wie ich gesagt Preis, Leistung vom Gameplay her Macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß Würde ich sagen Weil, ähm Ja, ja Man hat halt sehr viele Möglichkeiten Durch diese verschiedenen Charaktere Verschiedene Fähigkeiten Das ist einfach so geil Und wirklich jetzt im letzten Auftrag In den letzten Handlungen Die man in der Story tut Bekommt man den letzten Charakter Das ist richtig Eigentlich ist es richtig, richtig böse Ja, man muss halt Ja, aber logisch Wenn man 100% spielt Dann macht man es ja Die ganzen Man muss sich mal überlegen Dass es 290 Figuren gibt Verschiedene Und 110 Fahrzeuge Und einfach die roten Steine Erstmal Das sind ja sozusagen Praktisch Cheats Die vom Spiel gewollt sind Ist halt so Und das ist eigentlich richtig geil Das ist eine richtig gute Hilfestellung Gameplay schläft schon ein, ja Das ist nice Ähm, äh, ja Was gibt's noch zu sagen? Grafik Gameplay haben wir gesagt Ja, eigentlich Und eigentlich wie uns das Spiel gefällt Ist eigentlich alles Erst Eindruck Richtig top Also wo ich das das erste Mal gesehen habe Das ist so ein besonderes Gefühl gewesen Ich kann das jetzt nicht mehr beschreiben Ja, was er spendet Und man kann es auch nicht wieder hervorrufen Es geht einfach nicht mehr Weil man das Spiel jetzt in- und auswendig kennt Ihr habt's vielleicht manchmal zwischendurch gemerkt Dass man sich so alles einprägt Wenn man das Spiel einmal durchspielt Ist richtig heftig Ähm Ja, was gibt's noch zu sagen? Ist mega krass Es gibt eigentlich nicht mehr so viel zu sagen Also es gibt manchmal ein paar Glitches und Bugs Ach, zu viel Aber das ist auf jeden Fall zu verzeihen Es ist so ein riesiges Spiel Es gibt zwar lange Ladezeiten Aber Das ist wirklich alles zu verzeihen Auf jeden Fall Man hat einfach so viele Möglichkeiten in diesem Spiel Was zum Beispiel geht jetzt? 50 Alter, was sind wir denn für Bros, ey Was sind wir für Bros, ey? Genau 50%, ey Heftig Richtig geil auf jeden Fall Ja Carole the Sands, die Clown-Bankräuber, Chase-Eyes-Bankräuber T-T-Fusion Und der verliert Stats, ganz easy Auch cool gemacht auf jeden Fall Wow Sehr, 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 sehr zu empfehlen ist Gerade auch wenn man jetzt noch Kleineres Kind hat Was jetzt auch keine Ahnung Gut, man sollte ein kleines Kind für eine Altersempfehlung Es ist ab sechs Es ist ab sechs Aber ich würde sagen, wenn man so zehn ist vielleicht Dann kann man das ganz gut verstehen Mit den ganzen Fähigkeiten Aber mit sechs würde ich mein Kind echt nicht von der Wii U setzen Neh Okay, ja Also es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß Ja, es ist sehr ansprechend das Game Ich meine, wer sich denkt, ja, Lego, äh Aber Ne, es ist schon das beste Lego Game, das ich kenne Also meine Wertung, ah Ist sehr, sehr schwer, auf jeden Fall Ist schwer Also ich kann schon mal sagen, dass sie nicht unter neun Punkten liegen wird Ne Definitiv nicht Bei mir auch nicht Wie machen wir? Wie viel Stellen nach dem Komma? Ne, ne, Prozente, prozente auf jeden Fall Ne, wie viel, also nicht Komma-Prozent Ne, das wäre ein bisschen schwierig, dann muss ich jetzt einen Taschenrechner holen Ne, das ist schon ganz so, ähm Vielleicht hast du noch was zu sagen, ich überlege noch Was zu sagen Ja, vielleicht noch nicht Es gibt nicht viel zu sagen, also das Spiel, ich habe eigentlich Wir haben beide schon zusammen das, das meiste zusammengetragen, auf jeden Fall Wir werden noch viel rumheulen, auf jeden Fall, wenn wir mal irgendwelche Sachen nicht finden Es wird auf jeden Fall noch ein sehr, sehr spannendes Projekt werden Ist nicht nur, wenn wir Sachen nicht finden, da gibt es noch ein paar Sachen, wo wir wirklich rumheulen werden Ja, das ist schon heftig Das stimmt Also ich würde sagen, in dem nächsten Parts werden wir erstmal so Eine Sache zum rumheulen Anfangen mit Brücken und Inseln und dann zu den Stadthallen kommen Genau Weil das ist dann schön geordnet alles Also ich würde mal sagen, wir schaffen schon alle Brücken in einem Part, wenn nicht zu viel Scheiße passiert Da werden wir auf jeden Fall mal sehen Und dann kommen wir auch so schnell in den Prozenten voran, dass wir das eigentlich gar nicht gucken können Du kannst kurz mal die Spielzeit Wo gibt es denn hier mit 23 Stunden? Also das ist echt heftig, finde ich es doch Also für 50% braucht man 23 Stunden Hä, das ist doch nischt 24 Stunden, ey, was heißt hier, das ist nischt Es ist heftig Wenn du jetzt zum Beispiel Mario Bros. U oder so durchspielen würdest, gleich an einem Tag Ja gut, da gibt's nen Speedrun Ne, ich meine nicht Speedrun, überhaupt einfach alle Level mal gespielt, durchgespielt, ganz easy Da würdest du vielleicht 10 Stunden brauchen, wenn du gut bist Na gut, es gibt ein Spiel, der holt zu 100% dauert zwei Stunden Ja okay, da musst du aber ziemlich krank sein Der ist krank, ich hab's nur angeguckt Zwei Stunden lang Ja, also es wird zwar noch von uns ein Speedrun geben zu Mario Bros. Wii Allerdings ist es kein 100% Speedrun, sondern einfach nur ein Speedrun So kommen wir so schnell wie möglich zum Bossfight Aber das machen wir auch nicht als erstes Ne, das kommt auf jeden Fall nach dem Projekt Wir können ja noch ein bisschen erzählen, bevor wir ja so ein bisschen rauszögern unsere Wertung Ja, ich überlege Wir können ein bisschen erzählen noch Auf jeden Fall die nächsten Projekte wären interessant Ich meine, das Spiel kommt ja noch ein bisschen Animal Crossing Amiibo Festival kommt demnächst Es könnte sogar sein, dass wir Lego City da noch sogar vorher abschließen Weil das kommt am 20.11 Es könnte tatsächlich sein, dass wir das Spiel vorher noch abschließen Weil das eben jetzt relativ schnell geht Obwohl, wie viele Bezirke gibt es denn? Relativ viele Und wir müssen ja, na wohl, nee, nee Das dauert noch ein bisschen Okay, also ich hab's glaube ich Hast du es, ja Ich glaube ich nicht 97% durchsagen Durch die kleinen Bugs Und das Spiel hat auch einen gewissen Frustfaktor Da gibt es Sachen, wo der Frustfaktor vorhanden ist Aber der ist jetzt auch nicht zu hoch Und die Bugs und Glitches Freilich gibt's mal den einen oder anderen In dem geilen Video von uns Hast du einfach gezeigt Ja, das ist das beste Video Das hast du auf unserem Kanal Zumindest von der Klickzahl Ja, ist so Und von Likes auch Und von Dislikes auch Wenn das hier vorbei ist Das stimmt Wenn das hier vorbei ist Dann mach ich auf jeden Fall noch mal Ein Ding in HD Das wird zwar nicht mal diese Reichweite erreichen Aber irgendwie Du kannst es ja trotzdem noch lassen Ja, ja Und so Re-up Keine Ahnung Nicht mal direkt re-up Sondern reloaded So jetzt haben wir genau Vierer das schon gespielt Und ich würde sagen Wir geben insgesamt mal 96% Weil meine Wertung liegt bei 95% Und eigentlich auch aus den gegebenen Punkten Die du jetzt gesagt hast Ich würde sagen Das ist schon relativ fair Damit war das Was das für diesen Part Ich habe gesagt 40 Minuten Das haben wir erreicht Finde ich auf jeden Fall gut Und davon was geht Aber das Spiel ist auf jeden Fall Das beste Lego Spiel Was ich bis jetzt gespielt habe Und was ich bis jetzt Eigentlich was ich kenne Es wird nach diesem Spiel Kommt ja ein neues Spiel Und zwar Ja logisch Und zwar ist das Lego Jurassic World Das ist auch sehr sehr episch Aber ist eigentlich nur verständlich Wenn man die Filme gesehen hat Aber das werden wir uns erst im Display erklären Also ich Das ist mal wieder ein Solo Projekt von mir Genau Wir können noch ein bisschen kaufen Wenn wir einfach hier sind Das machen wir uns einfach mal Genau Gut Wir haben bei 0 von Autos haben wir letzten Das gekauft Wir haben Leistung was Achso ja jetzt den neuen hier Dula Hahn Dula Hahn Ja den haben wir im vorletzen Auftrag bekommen Mehr ist dann nicht Dann noch ein Moped Moped Und zwar Rex Bruder Genau Also auch schon ein bisschen länger her Ja wir haben aber eigentlich vorhin noch so Und Fluggeräte haben wir einmal Cloud Und einmal Rex Tempest Tempest Wie so eine Pest oder was Das war jetzt dünn Alter Geil ist es schon auf jeden Fall Ja So gut das war es beim Fahrzeug schon Echt? Mh War nichts weiter Ne Gehen wir es mal zu die Oh ja zu den Führer Die brauchen wir auf jeden Fall Dann können wir gleich noch wechseln Und zwar bei Räuber Also haben wir So viele Ja Wache Decker Vor der Gangster Tim Welch Aber das ist ja recht heftig Gangster Rex Fuhrer Eine Million kostet Die Junge Das richtig heftig Kann man es ja locker leisten Ja klar richtig locker easy Gut dann haben wir Astronaut Ben Jobless Ja und Ein Weltraum Dings Ne normaler Astronaut Der sieht aber auch geil aus Ja Ah nicht sogar mit Chase Ich bin auf Pharma gegangen Aber da haben wir natürlich gar nichts Spezial 1 Alter wie viele Wenn ich es gerade sehe Wie viele Verkleidung Wir einfach noch haben Hey hier geht es vor allem Nochmal den Astronaut Ah toll Deswegen war da jetzt wahrscheinlich Der Ausrufe Das auch verzeichnet Weil mehr gibt es da nicht Ja Astronaut Nein Der Uhut gab es jeden Fall Dienstleister Geil Gut das war es auch Und das war es auch schon wieder Bei den Figuren Das ist nicht so viel Wir haben ja schon mal Alle goldene Steine gekauft Da oben die es gab Ja das ist schon Die waren doch nicht so teuer Und jetzt gehen wir mal Nach rechts Und holen noch ein paar rote Steine Ich glaube ich weiß gar nicht wie viele Ja Ja hier sind schon mal ganz viele Zwar einmal Steinmagnet Das ist eigentlich relativ geil schon Und mehr gibt es gar nicht ne 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 Ja aber wir werden auf jeden Fall Die ganzen roten Steine noch sammeln 100% haben wir noch nicht Haben was die Hälfte Das ist schade Aber machen wir erstmal sofort an Alles Das geht ja nicht Ne das war ja jetzt nichts Hat doch Steinmagnet Ne das Ding ist es automatisch aus Also wenn ich jetzt rausgehe Ist es wieder an 51,1% Ah ja ja Und jetzt geht es umziehen Ja Da kommt man natürlich nicht raus Das ist sehr sehr Schön Wo mache ich das gleiche unten Genau Ah hier kann man noch unterspringen Das ist sehr sehr praktisch Also es wird auf jeden Fall noch eine spannende Angelegenheit Ich denke mal dieser Part auf jeden Fall ein Like verdient Für die Eigentlich für alles Der ganze Part ist geil Und ähm Ja Wenn es gefallen hat Dann Auf jeden Fall Wieder reingucken beim nächsten Party 100% wäre noch interessant Okay Wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Ja ich mach ja noch ein paar hier Das habe ich ja schon gerne bei Ja lass mal einfach mal Hier noch Alles klar Gut Wir haben jetzt hier Jesus Ja Ja Das ist geil Rock der Wissenschaft Ja wiedersehen Rex Da ist er der Gude Tja also Wie gesagt Dass dieser Part auf jeden Fall ein Like verdient Und äh Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Könnt ihr gerne abonnieren Damit wir endlich mal die 100 Abonnenten knacken Es kann natürlich sein Dass äh Wenn dieser Part rauskommt Die 100 Abonnenten schon haben Will ich natürlich hoffen Aber Falls nicht Dann ist es nochmal erst recht Ein Grund uns zu den 100 Abonnenten zu bringen Es gibt ein Special auf jeden Fall Und äh Dann würde ich sagen Sehen wir uns auf jeden Fall Im nächsten Ort wieder Bis dahin Tschüss Tschüss